Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Elektrotechnikrezept. Heute wandeln wir das linke Widerstandsnetzwerk in eine T-Ersatzschaltung um. Die heißt so, weil die Widerstände darin in Form eines großen T angeordnet sind. Also diese Schaltung wollen wir vereinfachen. Wir haben hier drei Klemmen, nämlich die Klemmen A, B und C. Nach der Umwandlung haben wir immer noch drei Klemmen, aber in diesem Zusammenhang hier stellt man oft die dritte Klemme, hier ist das die C, als zwei Klemmen dar. Dadurch bekommen wir ein sogenanntes Eingangszweitor A, C und ein Ausgangszweitor B, C. Tut jetzt hier erstmal nicht zur Sache, was es damit auf sich hat. Wir fokussieren uns jetzt hier auf die reine Umwandlung. Das Einzige, was wir dafür jetzt gleich brauchen, ist die Dreieckssternumwandlung und zwar insgesamt zweimal. Alle Widerstände haben den Wert 5 Ohm. Hier haben wir eine Dreieckschaltung vorliegen. Da bietet sich das an, die in eine Sternschaltung umzuwandeln. Dafür gibt es ein ausführliches Extra-Video. Den Link dazu habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Also, deshalb die Dreieckssternumwandlung hier nur ganz auf die Schnelle. In die Mitte kommt ein neuer Knoten. Den Knoten verbinden wir mit den Dreiecken. Auf die Verbindungslinie kommen die drei neuen Widerstände. Die nennen wir hier alle R-Stern. Diese drei R-Sterns sind ja alle gleich, weil ja die ursprünglichen Widerstände auf den Kanten des Dreiecks, also die 5 Ohm auch alle gleich sind. Deswegen ergibt sich ein Stern aus 5 Ohm mal 5 Ohm dividiert durch 5 plus 5 plus 5 Ohm. So, haben wir die Dreieckanordnung durch eine Sternanordnung ersetzt und bekommen daher diese Schaltung. Die sieht noch ein bisschen krumm und schief aus, deswegen ziehen wir die etwas gerade. Damit wir auch weiterhin die Übersicht behalten, welcher Widerstand jetzt welcher ist, machen wir die ein bisschen bunt, und zwar grün, gelb und rot. Nun ziehen wir die Knoten A und B nach links und rechts und den Knoten C nach unten. So, schaut das Ganze schon viel ordentlicher aus. Bei genauerem Hinsehen können wir sogar schon die Form eines großen T erkennen. Wir haben es also gleich geschafft. Was uns aber noch stört, ist dieses Dreieck hier. Das möchten wir deswegen wieder in einen Stern umwandeln, um dann anschließend die Widerstände besser zusammenfassen zu können. Also wieder den Knoten in die Mitte, Verbindungslinien einzeichnen und auf jeder einen neuen Widerstand drauf. Weil jetzt hierbei die beteiligten Widerstände auf den Kanten des Dreiecks alle unterschiedlich sind, sind die drei neuen Widerstände auch alle unterschiedlich und bekommen deshalb die Namen RA, RB und RC. Hier unten habe ich mal die ausgerechneten Werte angegeben. So, jetzt ziehen wir wieder da dran, damit die ganze Geschichte hier ein bisschen schöner aussieht. Und jetzt sind wir gleich fast fertig. Nur noch diese beiden Widerstände hier oben, die liegen ja in Reihe, addieren und den Knoten C hier auseinanderziehen. Dadurch wird aus diesem Knotenpunkt eine Knotenlinie, die ist aber elektrisch gleichwertig eben zu dem Punkt. Deshalb dürfen wir die beiden Enden der Linie, auch links und rechts, mit Knoten C bezeichnen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Das ist unsere T-Ersatzschaltung. Das war's mal wieder für heute bei Elektrotechnikrezepte. Falls ihr weitere Fragen habt zu Elektrotechnikaufgaben, schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Barbara Kronberger. Bis zum nächsten Mal.